Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Fragestellung, was sind alles Kohlenhydrate? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistente mit Kassenzulassung in eigener Praxis zum Thema Ernährungsberatung. Ja, zum Patientenfall zurück. Ich hatte eine Mutter, die mit ihrer Tochter gekommen ist in die Ernährungsberatung und sozusagen schon mehrere Male da war. Und dieses Mal kam die Fragestellung hoch, was eigentlich Kohlenhydrate sind. Und den Klassiker, den wir immer alle kennen, ist so Kartoffel, Reis, Nudeln. Also die Beilagen, die wir zum Beispiel im warmen Essen haben. Da gehört aber auch Couscous, Grieß rein. Da gehört aber auch der Milchreis rein. Wenn wir den Milchreis auseinandernehmen, haben wir eine Kombination aus Reis und Milch. Beides sind Kohlenhydrate. Auch die Milch gehört den Anteil in die Kohlenhydrate, weil es Milchzucker enthält. Und bei den Milchprodukten gehört auch parallel der Joghurt mit dazu. Weil da ein hoher Anteil an Milchzucker drin ist. Bei Quark haben wir einen hohen Anteil, der an Milchzucker rausläuft. Nämlich noch in die Molke oder in Kefir oder Dickmilch. Dort haben wir den Anteil an Milchzucker drin. Während Quark selber nicht direkt zu den Kohlenhydraten gehört, weil es ja eher eine Eiweißquelle ist. Das heißt, bei den Milchprodukten haben wir die Milch, den Joghurt und im Schwerpunkt für das, was den Blutzucker ansteigen lässt, nochmal Kefir, Buttermilch und die Dickmilch. Wenn wir in die reinen Kohlenhydrate zurückgucken, gibt es dann das Brot. Brot kann ich immer unterscheiden in Vollkorn, Meerkornbrot, Graubrot, Mischbrot oder in die hellen Brotsorten, also in die helleren Brotsorten. Bei den helleren Brotsorten lassen immer schneller den Blutzucker ansteigen, weil keine Ballaststoffe drin sind, sozusagen. Die ja am Ende durch den Mehlkörper, den wir ja nur verwenden für das helle Brot, das heißt, da gehört zum Beispiel Toastbrot rein, Baguette rein, Fladenbrot rein. Da würden, wenn ich jetzt Mehl verwende, auch Pfannkuchen zum Beispiel mit reingehören, die ich aus Mehl herstelle. Das heißt, die lassen alle den Blutzucker ansteigen. Alles, was schnelle Kohlenhydrate sind, ist immer helleres Mehl. Habe ich Vollkornbrot mit Ballaststoffen drin, Meerkorn oder Abgraubrot, sozusagen aufwärts, sage ich immer, haben wir immer einen langsameren Blutzuckerverlauf aufgrund der Ballaststoffe. Ballaststoffe hätten wir zum Beispiel auch immer in den Hülsenfrüchten, deswegen lassen die auch in der Regel den Blutzucker langsamer ansteigen. Also dicke Bohnen, Kidneybohnen, Linsen zum Beispiel, Erbsen, Mais enthält jeweils auch Stärke und würde auch ein Anteil theoretisch in die Kohlenhydrate gehören, da die aber den Blutzucker nicht so doll ansteigen lassen, es eher auf die Menge drauf ankommt, würden die jetzt eher zum Gemüse zählen und nicht direkt in die Kohlenhydrate. Ich komme ja außer Diabetologie und im Diabetessektor haben wir immer mal wieder die Situation, dass der Mais ja mitberechnet wird, für die, die auch das Insulinspritzen dafür und als Diabetesberaterin, kommt es aber am Ende in der Umsetzung mit dem Insulin immer darauf an, wie viel esse ich wirklich. Also es kann auch manchmal sein, dass man Mais isst und der Blutzuckerverlauf vielleicht gar nicht so doll ansteigt, aber da individuell gucken. Haben wir keine Diabetesdiagnose mit Insulin in Kombination, kann Mais auf jeden Fall gerne gegessen werden. Süßigkeiten sind nicht zu vergessen, also die ganze Fraktion Schokolade oder ich sage immer Gummitärchen, also alles was sozusagen auch in Richtung Gelee oder Gummiartige Strukturen geht, gehört in der Regel alles in die Kohlenhydrate. Chips, habe ich ja schon gesagt, werden aus Kartoffeln hergestellt und die, falls ihr es noch nicht gesagt habt, genau vielleicht bei der Vorbereitung jetzt drüber gestolpert bin, die Chips sozusagen werden ja aus Kartoffeln hergestellt. Kartoffeln gehört mit in die Kohlenhydrate und die Chips selber, Verzeihung, genau wie Bratkartoffeln werden ja auch aus Kartoffeln hergestellt oder Kartoffelmus zum Beispiel, was ich ja manchmal auch noch, oder Kartoffelschnee, Kartoffelmus wird ja noch mit Milch hergestellt, das heißt alles Kohlenhydrate, die aus Kartoffeln hergestellt werden. Sushi zum Beispiel, fällt mir gerade noch ein, wäre eine Struktur für Reis, weil wir ja Reis einschlagen und weil ein bestimmter Anteil an verschiedenen Reissorten ja genutzt werden können und für Sushi ja den Sushi-Reis, aber ihr kennt auch den Milchreis, die lassen alle den Blutzucker ansteigen. So, Kartoffel, Reis, Nudeln, Brot, Brötchen gehören natürlich mit dazu, da wird es genauso, helle Brötchen oder Vollkorn, Meerkorn oder Schwarzbrot oder Schwarzbrotbrötchen, je dunkler sozusagen, also je mehr Körner ich drin habe, nicht unbedingt die Dunkelheit des Brotes, aber je mehr Körner ich drin habe, desto eher Ballaststoffe. Das heißt, an der Stelle ist es so, dass die, immer wenn wir Ballaststoffe drin haben, die im Blutzucker langsamer ansteigen lassen. Habe ich aber helle Brötchen, helles Mehl, geht der Blutzucker immer schneller hoch. Dann muss man schnell auf meine Liste gucken hier. Ah ja, bei den Beilagen ist auch häufig die Frage mit Kichererbsen, die gehören nicht in die Erbsen rein, also nicht in die Hülsenfrüchte, sondern Kichererbsen gehören genau wie Couscous oder Coinoa immer in die Beilage, weil es ein Ersatz für Kartoffel, Reis oder Nudeln ist und die lassen auch den Blutzucker ansteigen. Was mir auch noch einfällt, Panade an der Stelle. Das ist nämlich Brot, in der Regel ist es helles Brot, was verwendet wird, zum Beispiel auch für die Herstellung von Getreideflocken. Einige kennen ja diese Panade, die nicht nur aus dem Brötchenmehl hergestellt wird, sondern am Ende auch aus dieser Art Kornflecks. Und es ist so, dass die Panade sozusagen auch helles Mehl ist. Das heißt, Frühstücksflocken, wie man so schön sagt, können da auch mit reingehören. Habe ich aber einen höheren Anteil an Ballaststoffen, zum Beispiel bei Haferflocken oder bei, was wird mir noch ein, Leinsamen, Schiasamen und solche Geschichten, haben wir immer einen langsameren Blutzuckerverlauf. Man würde sie, da muss man gucken, wir haben ja auch manchmal nur eine kleine Menge, die verwendet wird. Da haben wir aber nicht so einen hohen Blutzuckeranstieg. Aber theoretisch gehören die Getreidestrukturen dann auch alle in die Kohlenhydrate rein. So, Baguette-Fladenboot habe ich alles gesagt. Teigwaren noch dazu, also alles, was ummantelt wird. Blätterteig, Kuchen, Kekse, Keksteig, Gebäck zum Beispiel. Alles, was wir beim Bäcker noch kaufen können, was sozusagen ummantelt ist, gehört eben auch mit in die Kohlenhydrate rein. In der salzigen Struktur haben wir Salzstangen, Salzbrezel. Dann gibt es ja auch noch so Salzgebäck, sage ich jetzt mal. Dann kennen einige auch so viereckige Gebäckstücke, die salzig sind. Also am Ende haben wir immer Getreide im Hintergrund. Und damit gehört es in die Kohlenhydrate rein. Was auch nicht zu vergessen ist der Obstanteil, weil es Zucker drin ist und alles, was daraus hergestellt wird, wie Säfte zum Beispiel, wenn sie an der Stelle zum Beispiel 100% Saft sind, wenn sie Nektar sind oder wenn sie Fruchtsaftgetränk sind, da haben wir immer die Struktur, dass wir den Zucker drin haben. A, den Fruchtzucker aus dem Obst, der den Blutzucker ansteigen lässt oder eben Zucker zugesetzt und Geschmack dazu. Aber in der Regel gehören die Getränke da auch mit rein, wie ich die gerade sagte. Wenn ich jetzt aber Wasser mit einem Aroma habe und nur einen Ersatzzucker, dann wäre es nicht direkt ein Kohlenhydrat, weil es den Blutzucker nicht ansteigen lässt. Allerdings ist es bei den Getränken heute nicht mehr ganz so einfach. Man muss es tatsächlich umdrehen, Rückseite gucken, was ist drin. Wenn ich an der Stelle zum Beispiel Zuckersirup, Glucosesirup, Fruktosesirup, Ersatzsirup, Honig, Zucker drin habe, was manchmal auch sein kann, wenn es trotzdem vielleicht für euch im ersten Moment erkennbar ist, als Zucker reduziert, muss man tatsächlich umdrehen. Häufig ist auch Fruchtsaft mit drin, was bei bestimmten, jetzt will ich keinen Markennamen nennen, wenn man zum Beispiel Zitronensaft hat, wenn man, was fällt mir noch so ein, Es gibt so Getränke, die so verschiedene Fruchtsäfte drin haben, Wasser drin haben und man dann das Gefühl hat, man erkauft sich eine gewisse, wie soll ich das jetzt mal nennen, Entspannungsstruktur. Ich komme jetzt leider auf keinen anderen Namen, aber da kann ich sozusagen bestimmte, vielleicht fällt euch ein, wie das heißt, eine bestimmte Art oft an Zucker, Frucht, Zucker oder eben auch Saft drin. Das heißt, bei Getränken müsst ihr genau gucken, umdrehen, ist es wirklich zuckerfrei oder nick. So, was hätte wie noch? Ich glaube, dass ich an fast alles gedacht habe. Ich gehe gerade nochmal meine Liste hier durch. Dosenobst würde noch damit reingehören. Ja, und den Rest habe ich alles erwähnt. Also, schön aufpassen bei den Kohlenhydraten. Menge ist entscheidend, verbieten tun wir ja nichts. Das heißt, wenn ihr nicht wollt, dass der Blutzucker so schnell ansteigt, könnt ihr mal gucken, kann ich eine Eiweißquelle zudem nutzen, kann ich vielleicht bei den Beilagen Kartoffelreis, Nudeln, Couscous in Richtung Hand voll gehen. Also nicht zu viel, sondern um eine Mischkost hinzustellen, könnte man immer gucken, dass eben der Anteil zwei Hände voll Gemüse, ein Anteil Beilage und zum Beispiel, wer mag Fisch, Fleisch, Geflügelei. Wenn es vegetarisch ist, würde man noch einen höheren Anteil an Gemüse mit dazunehmen, vielleicht auch Ersatzprodukte in Form von Eiweißquelle. Gibt es ja Sojaschaft, Zige, je nachdem, was man da machen möchte oder eben auch die Hülsenfrüchte ja mittlerweile in der Möglichkeit. Also schaut einfach, was ihr gerne ausprobieren wollt, wenn ihr hellere Brötchen, Brot, Baguette, was ja häufig beim Grillen passiert, dass nicht unbedingt da die Mehrkorn-Vollkornbrötchen nur auf den Tisch kommen, sondern auch die helleren Brötchen. Guckt immer, dass ihr den Gemüseanteil dazu nehmt, dann habt ihr die Ballaststoffe. Und wenn man dann ein bisschen Baguette oder helles Brötchen isst, ist das natürlich nicht gleich per se schlecht vorausgesetzt. Es geht euch gut. Also nun wisst ihr so ein bisschen, was die Kohlenhydrate sind. Ja, habt ihr noch Fragen, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und ich wünsche euch jetzt mal viel Spaß auf dem Kanal. Denkt dran, Abo abschließen, nein, abonnieren, nein, plus weg. Ach, wir lassen das einfach mal, ihr wisst, was ihr machen sollt. Ich freue mich auf euch, ganz liebe Grüße und habt einen schönen Tag, eure Sandra. Bis zum nächsten Mal.